Heute habe ich wieder kleine Schmankerl für euch, nicht jetzt nur ein Horror-Game, nein, das war ja viel zu einfach. Wir haben heute drei Horror-Games, wow, jetzt bin ich voll der Gönnermin. Ich meine, wir haben jetzt heute Klassiker wie Escape the Pupu House, Lanky Lanky und last but not least Dangle Dongle Farm. Und bevor wir jetzt großartig weiterreden, bam, gehen wir rein in Dangle Dongle Farm. Habe ich Dingle gesagt? Keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, ja, drei Spiele. Fangen wir gleich mal mit dem an. Also da ist ein weißer Strich, wow. Das ist sehr, sehr gruselig, wenn du da einen weißen Strich hast. Hallo? Äh. Hä? Was soll das darstellen? Ah, ein Portal. Ey, ich sehe nichts. Wow, okay, ja, wir wachen einfach mal in meinem Grab auf. Ich meine, ja, kann man aber so machen. Oh, ich habe sogar eine Taschenlampe. Boah, aber wir sind heute fancy, hey. Hey, das ist so delightful gerade, hey, mit so einer Taschenlampe. Was hieß da was mit Farm? Ja, passt schon. Wirst du recht... Was ist da hinten? Was ist das? Was ist... Ja, ich meine, das ist ein Zaun. Also, das ist das heutige Thema Pixel-Brei. Was? Was war das jetzt? Komm, da muss man gleich mal inspizieren. Mit sofortiger Wirkung. Wand. Da! Was ist... Bah, das ist ein Michelin-Männchen. Okay, komm, das ist doch kein Horror. Wow! Nein! Nein! Bitte nicht! Fall dich auf mich drauf, lass mir mal hier rüber! Oh, es ist ein Spiegel wieder her, hey! Nein, nein! Nein! Los, Mama! kommt der pranke und hat eine hummel alter alles klar aber sind jetzt im jenseits ja sie doch sehr interessant das war das für eine pranken attack das war nicht art attack das war pranken attack alter was ist das eigentlich wow was soll ich hier wo bin ich hier da fliegt was ja ist ja gut ok da haben wir eine kette und die drei wir haben achtung wahrscheinlich einen code von uns und im namen da haben wir ich habe schon wieder das michaelin menschen marschierte wieder her dass die sicherung nachdem die bei mir jetzt erstmal durchbrannt ist nehmen wir auch noch die ball kann das dazu das ist so ein komischer ort hey hey das ist irgendwie so voll übermüdet bist und wir können nicht mehr klar denken kannst du hast wahrscheinlich so was heute kommen her und zur investigen ach die schwärm mich da einfach nur hier ein alles klar also michaelin menschen ist weg ok dann habe ich jetzt nicht kommen sind game over das wird jetzt das wird anstrengend ach noch nö sag jetzt sieht er muss mir noch mal patschen dass sie zurückkommen sag das nicht doch ich brauche den schlüssel mit ist aufmachen kann nein ich muss mich noch umklatschen lassen mit gefühlt 88 mal verhauert dass ich da drinnen lande kann ich einfach da durch theoretisch kann auch einfach hier durch ne ich kann nicht durch wieso kann ich hier nicht durch was soll ich überhaupt nicht im spiel machen das macht gerade null sinn ach das kann ich dann wegschneiden da kann ich dann durch und ich weiß nicht was du bist also muss mir erstmal umklatschen lassen damit ich rauskommen millioni männchen gibt dein bestes beule nummer drei so ok back again weil hier passiert zum glück nichts aber vielleicht habe ich auch mal was übersehen oder so es ist immer ach das ist random auch noch now we're talking das haben wir alles was wir brauchen ja ja weil hier liegt die views nicht mehr das ist spiel nummer eins lanky lanky oder auch baller baller ich kann skippen ja komm skip i don't care grad das ist die gleiche mechanik was song of the departed souls of the unborn poltergeist essence burning flash cops march was ist das dahinten ich glaube nicht dass das ding mich nein ja das ding sollte mich nicht fangen okay wir haben die lektion gelernt hätte ich seit spiel eins schon lernen müssen also bis sie aufpassen okay das ist wie so wie so ein schlechter triptisch spiel war grüß die ich habe das gefühl dass wir nicht weit kommen ja da lala lade ist gleich da der lala mann da jetzt bin ich mal ein rebelles gehirren was ist das hey das ist hey wie so wie so ein böser traum vielleicht morgen wieder träume ich das ganze ist das ist es real das ist doch nicht mehr feierlich hä 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 oh gott grusige augen ja habe ich jetzt angst was dies ja gib ruhe habe ich gerade irgendwas gehört also so wie im basketball nicht schon wieder du also wir werden nicht viel von diesem spiel erleben ich meine das highlight schauen wir uns am schluss an das pupu la 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 da gehen wir zum pupu aber ich hätte es mal ganz nein ich hätte es mal ganz gerade aus ich will es ist was da hinten ist natürlich da ist das ende da müssen wir raus das geht aber nicht weil der da ist ja er hat es einmal auch gedacht so zu machen was ich selbst wo es hier drin naja stühle schwimmen was denn er stühle die rum dazu fällt gar nicht mehr eine kommt ehrlich schwimmende stühle alles klar ich weiß nicht mal ja ich habe die ganzen sachen hier so eine tür schön dass das spiel mit es auch sagt dass eine tür war war der bin ich fast in ihn reingerauscht der fängt mich der fängt mich der fängt mich ich mockt es gar okay das war spiel nummer zwei spiel nummer drei ganz ehrlich da 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 das da fällt mir gar nichts ein dazu hey einfach ein stück mist weißt ja es kämpft der pupu haus oh mein gott jetzt steckt man was stelle ich mit meinem leben an mir muss sehr sehr langweilig gerade sein dass ich dass ich sowas gerade spiele kann ist ja voll der ihr wisst schon da kommt die ganzen ausdünstungen raus und da sind bewegliche häufchen ich weiß nicht mal was ich tun soll es gibt traurige häufchen die mich angreifen dann gibt es aggressive häufchen die mich angreifen und es gibt ausdünstungen hier die gar nichts machen aber was zum geier muss ich jetzt hier machen kann es mir jemand erklären kann ich hier durch überhaupt was tun ich weiß es nicht das ist das ist glaube ich jetzt bisher das werteste spiel war ja das trifft du bist ein ganz trauriges häufchen du hast schon abgeschlossen mit allem du willst nicht mehr nee was muss ich hier machen muss ich jetzt ausharren dein ernst die schlüssel sind in der mitte dein ernst also ich muss zu irgendeiner schüssel rennen die schlüssel holen schlüssel und schüssel also muss genau schauen ob ja da ist ein jawohl wir haben den schlüssel und nur wow wir machen fortschritte ja das ist das gleiche prinzip wieder und sobald ich mir eine toilette näher dann weiß schon wow da ja jetzt haben wir hammer fair vermasselt haben wir es okay dann lass ich es kurz sehen ganz ehrlich du jetzt haben wir drei random horror games also ich betone jetzt na betone ich sag das wort jetzt sehr sehr lose horror es ist nicht wirklich es ist eigentlich eher mehr lustig das ist nach wie vor verstörend hier das das haut mir nicht ich weiß nicht deswegen ne kommt feiern für heute schluss aus ende morgen immer ja ende vom video ne wollte ich mal erwähnen wenn man das jetzt so nicht rausgefunden hat dann bedanke ich mir natürlich dass ihr zugeschaut habt wenn euch das video gefallen würde ich mich über ein abo freuen und ich wünsche dir einen schönen tag macht's gut